Hallo Nassja, willkommen in diesem Video und danke, dass du bereit bist, uns zu erzählen, wie es dir denn geht in Deutschland mit den Jugendländern und Familiengerichten. Ja, herzlichen Dank, Herr Sandro, dass ich auf dieses Video antworten kann. Also mir geht das Ganze nicht damit, gesundheitlich habe ich so viele Gerichtsverfahren und Stress und mir fehlen meine Kinder, die mir ungerecht weggenommen sind, ohne einen richtigen Beschluss. Die wurden aus dem Kindergarten mir einfach rausgenommen, 2016, kurz vor Weihnachten. Und für mich war das ein ganz großer Schmerz, auch bei meiner Arbeit auch nichts zu sagen und auch Angst zu haben, auch meine Arbeit dadurch zu verlieren, wenn ich öffentlich gehe, halt auch zu sagen, dass ich sehr darunter leide, dass meine Kinder nicht mehr da sind, dass sie einfach weggenommen sind. Mein Sohn ist an einer Pflegefamilie rausgenommen. Erst waren die zusammen, meine Kinder, und dann wurden sie voneinander getrennt. Arthur ist jetzt hier in Wandsbeck irgendwo, ich weiß auch nicht wo genau. Jana ist in Flensburg, ja, und sie will da auch nicht bleiben. Per Telefon sagt sie immer, ich will nach Hause, es gefällt mir nicht, ich werde hier nicht gut behandelt. Ja, es ist halt vom Jugendamt kommt keine Antwort. Bis jetzt habe ich meinen Sohn als Baby letztes Mal gesehen und dann gar nicht mehr. Und dann haben die meinen Sohn, bis jetzt haben die immer verweigert, mir irgendwelche Termine, Gespräche. Es ist halt sehr schwer. Und meine Tochter natürlich darf ich sehen. Aber auch nur einmal im Monat und halt auch dann nur verkürzte Zeiten. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also das ist ja, die Kinder sind beraubt worden von, also beraubt worden von mir. Und ja, die wollen nach Hause und werden da so festgehalten. Also ich finde das, ich finde das einfach Raub, was sie machen. Also das ist schon für Mutter mit Kind einfach eine Beziehung so zerreißen. Jetzt im Dezember sind es vier Jahre, dass ich meine Kinder nicht zu Hause mehr habe. Und das ist schon das Allerschlimmste, was ich so weit auch gesehen und gehört habe, dass meine Kinder schon so lange weg sind. Und es passiert ja immer nichts. Ich bin gerne für alles bereit und auch zusammenarbeiten und alles. Aber die Jugendämter sind, die ziehen, das sind die Länge. Die möchten nicht zusammenarbeiten, die möchten nichts unternehmen. Sie möchten nicht sagen, wie es weiterläuft, was passiert, was sind die Ziele. Gar nichts. Danke, dass du uns gleich mal erzählt hast, wie es im Überblick bei dir aussieht. Und man merkt dir an, dass es, also du willst es loswerden, habe ich gerade gemerkt. Du hast sofort erzählt, was da alles passiert ist. Und vielleicht hilft uns ein bisschen, das nochmal auseinander zu dividieren, damit wir es auch alle richtig verstehen. Also 2016, kurz vor Weihnachten, sind dir deine Kinder genommen worden. Und wie viele Kinder hast du denn? Jana und Arthur zwei Kinder. Arthur ist jetzt fünf, Jana ist sechs. Arthur war damals noch nicht mal ganz ein Jahr, wo das passiert ist. Sie wurden aus dem Kindergarten rausgenommen. Eineinhalb, genau. Und das heißt, Sie sind jetzt fünf und sechs Jahre alt und sind seitdem in einer Pflegefamilie oder in einem Heim. Ja, das Jugendamt hat mich ja festgehalten. Und meine Freundin, die haben uns festgehalten. Die haben gesagt, ich müsste ins Krankenhaus. Sie haben irgendwelche Berichte gegen mich. Ich habe gesagt, okay, wenn Sie das sagen, ich mache das alles, was Sie sagen, damit ich halt mit meinen Kindern zusammen bin. Ich habe mich untersuchen lassen. Das wurde ja nichts gefunden. Und dann haben die gesagt, Sie müssen jetzt das hier unterschreiben. Wir lassen Sie nicht gehen aus dem Jugendamt. Jugendamt Hamburg war das. Frau König und ich weiß jetzt nicht den Abteilungsleiter dort. Die haben uns dann mal im Jugendamt festgehalten. Wir haben gesagt, Sie müssen unterschreiben. Ich habe gesagt, ich möchte nichts unterschreiben. Und die haben gesagt, doch, Sie lassen Sie nicht raus. Ich habe den Rechtsanwalt angerufen. Der Rechtsanwalt hat mich gar nicht unterstützt, kann man sagen. Dann mussten wir ein Dokument unterschreiben, weil ich ja natürlich weiter im Krankenhaus bin, weil die das ja auch gesagt haben, muss es ja soweit alles so sein, wie die sagen. Haben die gesagt, die müssen jetzt erst mal dort bleiben, in dieser Pflegefamilie. Ich so, das möchte ich ja nicht. Sie haben ja die Kinder weggenommen. Ich habe ja damit ja keine weitere Schuld. Sie haben sie aus dem Kindergarten rausgezogen. Das heißt, Sie haben gesagt, ich sollte hier drei Monate etwas machen. Habe ich gemacht, dieses Krankenhausuntersuchung. Meine Kinder möchte ich nach Hause. Nein, wir geben sie ihnen nicht her. Diese Kinder bleiben jetzt in Schleswig. Haben Sie die hingebracht? Haben gesagt nein und sie unterschreiben. Also mussten wir auf Druck mit meiner Freundin, die ist auch Zeugin, alle Sachen war sie dabei. Und hat es unterschrieben. Und dann musste ich unterschreiben natürlich. Und dann waren die in Schleswig, die haben gesagt, machen Sie Krankenhaus fertig. Die Kinder kommen zurück. Nein, Kinder sind nicht zurückgekommen, gar nichts. Und dann, es ist ein bisschen schwer, darüber zu reden, Entschuldigung. Dann meine Kinder, es kam ein Anruf. Ich weiß jetzt nicht genau, ihr Zeitpunkt oder Datum. Es kam ein Anruf irgendwie nach zwei Jahren. Irgendwie, nicht mal zwei Jahre, ein Jahr glaube ich, irgendwie ein Anruf, dass die Pflegefamilie etwas passiert ist. Dass meine Kinder unter Gewalt und Missbrauch etwas passiert ist. Ich habe einen Anruf gekriegt, dass meine Kinder da wegkommen. In Gerichtsunterlagen standen drauf, die dürfen nicht getrennt werden, das sind Geschwister. Artho kam hierhin und Jana kam nach Flensburg. Jana war noch bis jetzt und sagte, ich möchte meinen Bruder sehen. Sie verbieten das. Sie verbieten den Kontakt mit meinem Sohn. Er ist hier. Ich darf ihn nicht sehen. Ich darf nicht an seinem Geburtstag sein. Meine Tochter ist in eine andere Einrichtung gekommen. Und mein Sohn ist hier. Und bis jetzt, ich habe alles versucht, aber so viele Gerichte, so viel Druck. Obwohl ich habe verschiedene arztliche Tests. Mit meiner Gesundheit ist alles okay. Ich arbeite beim Geschäft. Ich habe eine Wohnung. Die Wohnung wurde geprüft von der Psychologin. Alles ist in Ordnung. Aber sowas, von denen sie blockieren. Sie arbeiten nicht mit. Sie machen gar nichts. Sie beschuldigen mich für etwas. Sagen, dass ich etwas für sie nicht so bin, wie sie sein möchten. Das heißt, ich soll irgendwann eine Stabilität haben. Und ich habe gesagt, ich arbeite. Ich bin doch stabil. Ich mache doch alles, was sie sagen. Warum können meine Kinder nicht nach Hause kommen? Jana leidet. Artho habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Also das ist so schlimm für mich. Entschuldigung. Und danke, dass du das mit uns teilst. Das ist sicher sehr schwer, wie du gesagt hast. Was wird dir denn vorgeworfen? Also warum wurden dir die Kinder genommen? Warum solltest du in ein Krankenhaus gehen? Was hast du prüfen lassen müssen? Also die haben ja mir vorgeworfen, die haben mir so einen Katalog vorgeworfen. Eine Psychologin, die mich gesehen hat. 20 Minuten. Einmal hat sie mich gesehen. Also weil die gesagt haben, es muss ja jemand, die Kinder sind jetzt weg. Es muss eine Psychologin kommen, die dich jetzt anguckt. Und dann haben sie so ein Buch, so ein Buch erstellt mit irgendwelchen verschiedenen psychischen Erkrankungen. Dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass irgendwelche psychischen Erkrankungen da sind. Dann können wir nicht das irgendwo im Krankenhaus irgendwie gucken, wenn sie dann, können sie doch einfach nicht irgendwas hinschreiben, wenn eine Person mich 20 Minuten gesehen hat und die etwas über mich ausrichtet. Es kann doch nicht stimmen. Also wir haben ja ein Gesetz. Da habe ich gesagt, das muss doch irgendwie alles gesetzlich sein. Es muss doch ehrlich alles bleiben. Und dann dieses Gesetz muss doch ja auch irgendwie geprüft werden. Und ich habe dann gesagt, bitte prüfen Sie es oder machen Sie etwas. Und die haben gesagt, okay, dann gehen Sie ins Krankenhaus. Im Krankenhaus hat man auch nicht so festgestellt, dass ich da was habe. Und dann haben die auch gesagt, ja, trotzdem machen Sie das Krankenhaus trotzdem weiter. Und es ist uns egal, ob Sie was haben oder nicht. Ja, also es wurde ja viel. Und meine Hausärztin, noch andere Ärzten haben auch noch einen Attest gemacht, einen Bericht. Ja. Und ich denke, du warst in der Psychiatrie, wenn du sagst Krankenhaus. Ja, ja. Und was war der konkrete Vorwurf, also hat man gesagt, du, du, also das muss ja mit der angeblichen Gefährdung deiner Kinder zusammenhängen. Also was konkret wirft man dir vor? Welche psychische Krankheit sollst du haben? Also die haben ja gesagt, dass ich nicht stabil bin. Meine Wahrnehmung wäre nicht in Ordnung. Und die haben ja gesagt, verschiedene Sachen. Und dann habe ich dann auch Bestätigung gehabt, auch vom Arzt, von allen, dass alles dann so stimmt. Und meine Wahrnehmung und mein Denken und alles haben die dann geguckt, dass es da nichts ist. Dass ich stabil bin, das war das Problem, dass sie auch immer gesagt haben, ich bin nicht stabil. Aber ich habe denen auch gesagt, ich hatte ja wirklich, mein Ex-Mann war ja ein Schlimm, also der war ja abhängig, kann man so sagen. Und der war ja schlimm abhängig. Und ich habe dann mich von ihm ja getrennt, aber trotzdem hat das ja eine, wie sagt man, eine seelische Schmerz und Riss hinterlassen, dass ich dann natürlich von so einem Mann natürlich auch nicht ganz ohne. Man hat ja dann irgendwie dann auch einen Schaden von so einer Person bekommen hat, halt seelisch und psychisch sowieso. Und wenn ich es richtig verstehe, dann hat das Jugendamt gesagt, du seist eine instabile Persönlichkeit und deine Wahrnehmung sei verzerrt. Und dann bist du daraufhin in eine Psychiatrie gegangen, die haben dich untersucht. Du warst da insgesamt drei Monate, wenn ich es richtig verstehe, haben nichts gefunden und das Jugendamt behält aber trotzdem deine Kinder. Ja. Okay. Oder nicht okay. Und der Vater deiner Kinder, hat der was damit zu tun, dass deine Kinder dann in Obhut genommen wurden? Also wer hat behauptet, du hättest diese Probleme und du würdest die Kinder gefährden? Also ich denke schon, mein Ex-Mann würde was erzählen, weil natürlich die waren ja nicht sehr froh. Meine Schwiegermutter damals ist natürlich die Person, die nicht gerne helfen wollte. Sie hat als Schlachter gearbeitet und hat natürlich dann auch so den Stress, weil er natürlich da immer abhängig und sie wollte ja nie helfen. Sie wollte ja nie da sein. Das war für sie auch nicht gerade so toll. Also sie hat dann auch immer gesagt so, schaffst du nicht? Oder hat sie dann auch mal was gesagt, wo man denkt, das hätte sie jetzt nicht sagen können, wenn die Leute was gefragt hätten? Und ich denke mir mal schon, dass sie natürlich schon da einen Teil mitzutragen haben, dass es so ist. Also ich denke mir mal da schon, ich kann es nicht beweisen oder so, aber ich denke mir mal schon, dass er natürlich dann mich auch nicht gerne als Mutter für die Kinder haben möchte, weil er natürlich sehr wütend ist auf mich, dass ich ihn so nicht genommen habe, wie er ist, abhängig und ihn nicht behalten habe und mich von ihm scheiden lassen habe. Und vom Kindergarten gab es aber keine Gefährdungsmeldung? Nein, nein, ich hatte ja auch einen Kindergartenbericht gehabt, Seepferdchen-Kindergarten-Heimfeld, das ist in Harburg. Ich habe mit den Leuten so gut zusammengearbeitet, wir haben zusammen Kaffee getrunken, wir haben geredet nach Erziehungsmöglichkeiten, was man besser machen kann, was man richtig mag. Man hat gesagt, wenn du Fragen hast für Erziehung, wenn du irgendwas hast, kannst du zu uns kommen. Und man hat immer einander ausgetauscht. Es gab es noch nicht mal einen schlechten Bericht von dem Kindergarten. Die sind da beide hingegangen. Arthur habe ich noch gestillt, die haben mich gedroht, haben gesagt, das Kind kommt ins Kindergarten, sonst machen wir irgendwas Schlimmes. Das Jugendamt, dann habe ich gesagt, es ist kein Problem, wenn sie das so sagen. Ich mache das alles, was sie tun und sagen, dass Arthur dann in den Kindergarten geht und dass ich ihn auf Druck abstillen musste. Und dann sind die in den Kindergarten und es war alles perfekt. Also die Erzieher sind alle nett, Leitung, es war alles super. Es war nichts, wo ich sagen konnte, dass ich da schlecht mit dem Kindergarten was hatte. Nein. Und jetzt ist ja schon lange alles geklärt. Wenn deine Kinder vor Weihnachten 2016 in Obhut genommen wurden, du dann drei Monate in der Psychiatrie warst, nichts gefunden wurde, dann heißt es doch, dass deine Kinder eigentlich seit dreieinhalb Jahren weiterhin in einer Pflegefamilie sind, getrennt sind, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Ja, also es gibt in Wahrheit keinen Grund. Ich habe ja alles, ich habe ja immer weitere Dokumenten, ich habe sogar Familienberatungsstelle mich gewarnt und gesagt, ich habe nichts mir zu Schulden kommen lassen. Ich mache alles, was man mir sagt, ich arbeite mit, ich bin für alles, für jedes Gespräch offen. Ich so, man kann doch nicht einfach meine Kinder festhalten und einfach sagen, ja, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht stabil. Sowas gibt es nicht. Wir sind in Deutschland und ich bin auch dazu, auch glücklich hier zu sein und auch dankbar hier zu sein. Aber dann sollen die Leute dann irgendwie ein anderes System machen, zusammenarbeiten für die Kinder, für die Familien. Und das sehe ich auch nicht. Also die Regierung verspricht so viel und ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe das System nicht. Ich habe mich auch an Rathaus gewarnt. Ich habe mich da gewarnt und habe gesagt, es muss doch irgendwas sein. Und die haben gesagt, nein, schreiben Sie Beschwerde, sagen Sie Beschwerde. Und wie viele Beschwerdebriefe kann ich schreiben? Es passiert nichts. Ich weiß auch nicht, was ich sage. Was sagt denn das Jugendamt konkret, warum deine Kinder nicht zu dir zurückkommen? Oder gibt es auch ein Gericht, das da entschieden hat? Gericht hat erstmal entschieden, dass sie bleiben, weil die Bindung ist ja jetzt kaputt. Die wurden ja auf Anhieb rausgerissen. Das heißt, die wurden ja so viel hin und her gereicht. Die waren erstmal in verschiedene Häuser. Erstmal waren die in Harburg in verschiedene Kinderschutzhäuser. Hat man sie hin und her geschoben, die Kinder. Dann hat man sie in eine Familie, dann in die nächste Familie gereicht. Also die Kinder hatten gar keine Stabilität gehabt. In Wahrheit als kleine Kinder schon, die wurden so schlecht behandelt vom Jugendamt, dass sie hin und her gerissen wurden. Und jetzt, meine Tochter ist in Flensburg, sie sagt, Mama, ich möchte da nicht bleiben. Ich haue hier ab. Ich so, nein, Kind, du darfst das nicht machen. Du musst immer auf die Leute hören. Sonst kriege ich hier Ärger, weil die denken, ich sage das dem Kind. Aber nach diesen Gesprächen von meinem Ex-Mann, sie hat ja mit meinem Ex-Mann ja auch Kontakt, meine Tochter, ist sie dann auch sehr merkwürdig. Und dann muss ich immer das Kind wieder aufbauen und wieder auffangen. Und das ist für mich so, sowas von schwer. Mein Kind zu sehen, ich möchte in der Hause, ich möchte, ich werde gezwungen hier zu essen bis zum Abbruch. Also sie bricht bis zum Essen. Und so schlimm, was sie mir erzählt, das gibt es nicht. Ich weine jedes Mal nach jedem Gespräch. Ich würde heute mit ihr auch telefonieren. Und ich finde das so schlimm, was sie mir erzählt. Und dass sie kleine Klamotten kriegt. Sie erst vorletztes Mal, wo es so kalt war, eine dünne Jeanshose, eine dünne Jacke haben sie angezogen. Sie hat so geboren. Ich habe alles selber gekauft für sie. Und ich habe den Leuten gesagt, bitte, 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 mach das nicht. Das Kind braucht eine Strümpfhose. Das Kind braucht eine dicke Jacke, einen dicken Pullover, wenn das draußen kalt ist, Handschuhe, Schal und Mütze. Ihr könnt das Kind doch nicht so, das ist denen so egal, haben sie mir gesagt. Ich habe gesagt, das sind Leute mit Erziehungsqualifizierungssachen, die so sich benehmen. Also das blutet mir das ganze Herz, wenn ich davon rede. Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit weinen. Das heißt, mit deiner Tochter, die jetzt sechs Jahre alt ist, kannst du telefonieren? Und besuchen einmal im Monat. Ich fahre jetzt morgen auch zu ihr. Und ich freue mich, weil nach dieser langen Corona-Zeit, also konnte ich ja sie auch nicht sehen. Und sie hat auch gesagt, Mama, wann kommst du? Wann kommst du? Ich vermisse dich. Und ich habe das Foto und ich will meinen Bruder sehen. Mama, mach irgendwas. Und dann sagt sie, wenn die jetzt endlich nichts machen, ich werde mit Herr Petersen reden. Das ist von Flensburg, das Jugendamt, das zuständig für meine Tochter ist. Ich würde mit ihm reden. Ich werde ihm etwas sagen. Und dann sage ich, nein, Jana, du kannst nichts sagen. Du siehst, dass die Leute es selber entscheiden. Wir haben da erstmal nichts zu sagen. Du kannst deinen Wunsch äußern. Aber eigentlich dürfen wir ja nichts sagen. Und man muss sich ja überall halt zusammenreißen. Man kann den Leuten nichts sagen. Man kann ja nichts tun. Man muss immer, man muss eigentlich das machen, was die sagen. Man muss sich daran halten. Man muss, also es ist alles komisch. Also, dass man als Mutter so begrenzt ist an seine Mutterregeln, obwohl man eigentlich Mutter ist mit Herz und Seele. Und das Sorgerecht, das haben die auch keine Bestätigung. Die konnten mir nichts nachweisen. Nichts konnten sie mir nachweisen. Meine Kinder waren ja gut versorgt. Die hatten alle U-Untersuchungen gehabt. Die haben alles gehabt. Die haben ja nichts. Nichts ist denen ja zu Schande gekommen oder so. Nie. Ist ihnen was passiert oder so. Nie etwas. Gar nichts. Sie konnten mir nichts nachweisen, wo ich sie irgendwie, nein, ich habe meine Kinder nie vernachlässigt oder so. Das haben sie mir nie nachweisen können. Und trotzdem haben sie das Sorgerecht einfach so weggenommen. Ohne einen richterlichen Beschluss. Ohne. Ich habe dann Herr Petersen nochmal gefragt. Ich habe gesagt, Herr Petersen, Sie sagen zu mir, ich habe kein Sorgerecht. Bitte geben Sie mir ein Dokument. Ich habe ein gefälschtes Dokument noch zu Hause liegen. Habe ich das in der Kopie, in der Mappe. Da steht Unterschrift mit einem Filzstift und kein richtiger Stempel. Der Stempel ist wie nachgemacht. Gar nichts. Ich weiß nicht, was ist hier passiert. Und warum ist das Sorgerecht? Kann doch das Jugendamt nicht entziehen. Das muss ja ein Gericht machen. Ja, es gab es ein Gericht. Es gab es ein Gericht. Damals, meine Freundin ist ja an alle Gerichte auch mitgekommen. Und die hat auch, wo die gesagt hat, kann sie mit rein? Die haben gesagt, nein. Also die hatten da richtig Angst gehabt, dass da irgendwelche Parteien und irgendwelche Zeugen dabei sind. Und dann haben die gesagt, ja, wir entnehmen das Sorgerecht. Ich so, ja, wenn sie das Sorgerecht entnehmen, auch unser Anwalt damals, also mein Anwalt. Und der hat dann gesagt, okay, das wird dann aufgeschrieben. Aber es gibt kein Dokument. Es gibt kein Dokument irgendwie. Kein Beschluss. Es wird protokolliert. Aber es gibt keinen Beschluss. Das heißt, im Grunde hast du halt zugestimmt, dass es Sorgerecht auf das Jugendamt übertragen wird. Nein, gar nicht zugestimmt. Ich war dagegen eigentlich, sozusagen, ja. Okay, das verstehe ich noch nicht, weil nur das Gericht kann ja dir das Sorgerecht entziehen. Das Jugendamt kann das nicht machen. Du hast aber keinen Beschluss, der dir das Sorgerecht entzieht. Deshalb kann es eigentlich nur sein, dass das Gericht sich gesagt hat, okay, wir protokollieren, dass du zustimmst oder dein Anwalt zustimmt, dass es Sorgerecht aufs Jugendamt übertragen wird. Nein, ich habe nichts zugestimmt. Keine Unterlagen, kein gar nichts. Ich habe eigentlich immer dagegen. Ich habe gesagt, ich möchte, dass meine Kinder zu Hause sind. Ich möchte, dass meine Kinder bei mir sind. Ich möchte das nicht, was sie machen. Nein, das entscheiden wir jetzt. Sie haben mir überhaupt nichts zu sagen. Hat das Jugendamt gesagt oder das Gericht? Das Jugendamt hat das gesagt und das Gericht hat gesagt so, wir entscheiden, weil das Jugendamt natürlich ihnen das alles vorwirft, dass sie nicht in der Lage sind. Wir haben hier einen Psychologe, der sie 20 Minuten geguckt hat und so ein Buch geschrieben über sie. Und das Gericht hat diese Glaubwürdigkeit geschenkt, obwohl es eigentlich eine richtige Kontrolle, Gesundheitskontrolle hätte sein müssen. Ist nicht gewinnt. Gar nichts. Nur ein Psychologe, der 20 Minuten geschaut hat. Werde ich. Einmal geguckt und irgendwas geschrieben. Und alles ist so durcheinander. Einer sagt so, der eine sagt so. Jetzt habe ich mit meiner Familienberatung gesprochen, die sagte, in Wahrheit, Arthur, könnten Sie eigentlich sofort mitnehmen, weil da gegen sie nichts steht. Also eigentlich ist es ja so, dass wenn Kinder in Obhut genommen werden, muss ja vom Gericht ein Eilbeschluss gemacht werden, dass es rechtens ist, wenn das Jugendamt die einfach holt. Und dann gibt es ja später eine Hauptsache, ein Hauptsacheverfahren, wo dann endgültig entschieden wird, was mit den Kindern passiert. Also dieser Eilbeschluss hat ja nicht für immer Gültigkeit. Da muss es eine Hauptsache geben. Ist es so abgelaufen bei euch oder gab es nur diesen Eilbeschluss ohne eine Hauptsacheverhandlung? Nein, ich habe keinen Eilbericht bekommen, kein gar nichts. Ich habe einfach nach zwei Wochen oder was, habe ich Gerichtsunterlagen bekommen, dass es jetzt so stattfindet und gar nichts. Also ich habe jetzt die Dokumente jetzt nicht hier. Ich habe gedacht, wenn Sie die brauchen, kann ich Ihnen das alles fotokopieren und dann in den Hals schicken. Das ist kein Problem. Nur wenn ich das jetzt auch mache, werde ich dann noch mehr weinen. Und es ist für mich halt, ich bin eigentlich ein stabiler Mensch und kann eigentlich dazu sagen, dass ich eigentlich sowieso, auch wenn ich Kinder sehe, immer weinen muss und versuche dann, mich auch zusammenzuhalten, weil die mir auch gesagt haben, ja, sie dürfen auch nicht vor den Kindern weinen und sie dürfen das nicht. Ich darf ja gar nichts, wenn man das jetzt das Jugendamt anguckt. Und das Jugendamt, ich wohne ja jetzt hier in Hamburg, aber das Jugendamt ist jetzt Barenfelder, Chaussee, jetzt eine neue Mitarbeiterin. Also das Jugendamt hat sich wechselnd gewechselt, weil ich auch wechselnd umgezogen bin. Und da ist jetzt eine neue Dame und ja, die halt hat auch verschiedene Termine auch schon immer abgesagt, verschiedene Sachen auch nicht. Zum Beispiel mit Arthur hätte jetzt schon längst irgendwie ein Treffen sein müssen. Ich hätte ihn schon längst sehen können. Nein, sie hat alle Termine seit Februar gerichtlich steht geschrieben, ich darf Arthur ab Februar eigentlich mit dieser Familie ein langsames Zugehen. Ist bis jetzt noch nicht passiert. Wir haben Mai. Da gibt es einen Gerichtsbeschluss. Also es soll eine Annäherung zwischen Mutter und Sohn geschehen. Es sollte geschehen, aber es ist bis jetzt noch nicht passiert. Gar nichts. Wann sollte das anfangen, die Annäherung? Schon vergangenes Jahr sollte es passiert sein, aber wir haben bis jetzt immer alles in die Länge gezogen. Ich bin dann auch nochmal zum Richter. Ich habe dann selber, weil die Anwältin war ja nicht da, ich habe die Anwälte auch schon längst gewechselt jedes Mal, weil es natürlich immer keinen Vorwärts gab, es gab keine Hilfe von den Anwälten, obwohl die Anwälte auch schon privat bezahlt werden, von Organisationen der Kirchen, verschiedenen werden bezahlt, weil man kann es sich schon gar nicht mehr leisten. Man ist natürlich jedes Mal am Zahlen, man hat jedes Mal die ganzen Anwälte, die man eigentlich jedes Mal nehmen muss und es passiert dann nichts. Also die eine sagt, ja, ich bin jetzt in Urlaub, ich kann jetzt nicht helfen. Dann habe ich dann selber einen Brief an den Richter geschrieben, dann habe ich auch Ärger gekriegt. Sie sagte, warum schreiben Sie selber etwas? Ich so, es ist mir wichtig, meinen Sohn zu sehen. Es ist mir wichtig, dass was passiert, meine Kinder, ich möchte sie nicht dem Staat überlassen. Ich bin selbst in der Lage, auf meine Kinder aufzupassen, für meine Kinder da zu sein. Ich bin nirgendwo geschrieben als eine schlechte Mutter oder sonst irgendwo. Nein, das hat nur das Jugendamt behauptet, mit dieser komischen Psychologen. Mehr keiner. Also bis jetzt sind das nur die. Ich merke, ich glaube, du bist, was die rechtlichen Sachen angeht, so ein bisschen verloren, kann das sein, dass du irgendwie, du hast am Anfang gesagt, warum läuft hier das alles nicht ehrlich ab, aber du weißt nicht wirklich, wie die Gesetze sind und auf die Anwälte kannst du dich irgendwie auch nicht verlassen. Ja, genau. Du selber tust alles, um zu zeigen, dass die Vorwürfe nicht stimmen und nach dem, was du sagst, ist es auch so, die Vorwürfe stimmen nicht und du kämpfst jetzt gegen Nein, die stimmen nicht. Ja, du kämpfst jetzt gegen eine Behörde, die einfach deine Kinder hat, die alle Zeit... Ja, ich habe auch Zeugen, ich habe ja zu Hause ja auch für alles gemacht, im Jugendamt auch zu zeigen, guck mal, ich mache eine Ablast für mich, ich hatte eine Babysitterin gehabt für Arthur, extra selber bezahlt von Welcome sind die gewesen, die Dame wollte auch Aussagen, eine Krankenschwester, einmal für meine Tochter, weil sie Darmprobleme, sie hatte Darmprobleme gehabt, ich habe gesagt, eine Krankenschwester soll ein ganzes Jahr kommen, um zu gucken, dass es den Kindern gut geht, dass es zu Hause super ist. Ich habe alles angemeldet, die wollte auch Aussagen, meine Zeugen wurden gar nicht gehört von einem Gericht in Hamburg, ich bin sehr enttäuscht von Hamburg und hier überhaupt. Dann, ich habe Kindergarten, Altona, Krankenhaus, Altona ist das beste Krankenhaus für Kinder, die ganzen Ärzten, das ganze Team wollte Aussagen, sie wurden nicht gehört. Meine Freundin, die dann auch meine Kinder kennt, wurden nicht gehört, die Zeugen wurden nicht aufgenommen, die Zeugen durften nicht auftreten, eine Pastorin hat mal ausgesagt, die wurde auch nicht für ernst genommen. Also verschiedene Leute, die ich dann als Zeugen habe und auch sagen kann, das ist nicht nur meine Meinung, dass die Meinung von den Leuten sich auch bestätigt, dass ich die gleiche Meinung habe, dass ich das so richtig aussage und tue. Es wurde gar nichts, also gar nichts für mich getan, das heißt, sowohl des Kindes, aber sowohl des Kindes passiert das ja nicht hier in Hamburg, sowohl des Kindes, wenn es den Kindern gut geht, wenn es dafür Zeugen gibt, wenn alles in Ordnung ist, müssen die Kinder eigentlich bei den Eltern bleiben. Wenn die das Jugendamt so zweifeln, es gibt ja genug Einrichtungen, wo die sagen können, dann gehen die Kinder da eben hin und dann kann man ja alles gucken. Also so ein bisschen Regeln kenne ich, Gesetze, aber natürlich nicht alles, wie sie sagen. Das sind ja per Du, du kannst ruhig Du zu mir sagen. Ich bin sehr aufgeregt, weil das nimmt mich alles mit, weil meine Kinder mir so sind und weil ich sie liebe, meine Kinder und ohne meine Kinder, das ist so schwer, jedes Mal aufzuwachen und zu sagen, du kannst ihnen kein Frühstück mehr machen, du kannst sie nicht mehr in den Arm nehmen, du kannst sie nicht mehr ein Küsschen geben, du kannst ihnen ja für sie da sein. Das ist das Allerschlimmste für eine Mutter. Das ist so, dass du kein Herz mehr hast. Dein Herz ist rausgerissen, weil diese Herzen mit deinen Kindern aufgenommen sind. Ja, und ich als Vater kann da genauso nachfühlen, weil wenn Väter ihre Kinder genommen werden, geht es denen ja eigentlich genauso. Hast du den Eindruck, dass das Gericht in Hamburg, das Familiengericht, nicht an der Wahrheit interessiert ist? Nein, die sind nicht in der Wahrheit interessiert. Die sind, die sind, also was ich auch nicht sagen darf, oder was ich erfahren habe, auch so, dass ich, das Jugendamt und das Gericht, also, also so, so wie man sagt, so arbeitet, so wie ich das jetzt zeigen, hoffentlich kann, und dass sie natürlich dann nicht gucken, wie geht das der Mutter, wie viel hat sie gelitten. Ich wurde ja jetzt wieder neu da gewesen, bei meinem Sohn, ausgefragt, haben sie schon was gemacht oder nicht? Entschuldigung. Haben sie schon was gemacht oder nicht? Oder halt nicht. Ja, das ist dann halt so ganz, ganz schlimm für mich, das auch zu sehen, dass die Richter so unehrlich sind, dass sie sagen, aber es wird nichts passiert. Sie schreiben, aber es passiert nichts. Dass sie so eine Aussage haben, wenn ein Richter sagt, es muss jetzt ein Kontakt mit deinem Sohn stattfinden, dass er diese Autorität nicht hat, das habe ich gesehen. Dass er nicht, dass er nicht preisgibt, dass er das nicht entscheidet, sondern dass das Jugendamt schon längst das entschieden hat. Also so habe ich das Gefühl gehabt. Also von dem ganzen Gericht, die ich hatte, so viele Gerichte und so viel unter Druck zugesetzt zu werden, von den ganzen Leuten, also das ist schlimm. Du wirst ja morgen deine Tochter sehen, hast du gesagt. Hast du Angst, wenn wir dieses Video veröffentlichen, dass das Jugendamt gegen dich vorgehen wird und zum Beispiel deine Tochter benutzt und dich unter Druck setzt, indem die sagen, du darfst sie nicht mehr sehen, sozusagen als Strafe, dass du an die Öffentlichkeit gehst? Ja, das haben die ja auch gemacht. Damals, wo das passiert ist, ich habe mich an den Bürgermeister Harburg gewandt, und er hat gesagt, wenn sie etwas machen, hat er gesagt, wir werden das ganze Jugendamt auf den Kopf stellen, wenn sie was machen, werden sie schon sehen, was sie davon haben werden. So hat mir das Jugendamt Harburg damals berichtet und ich hatte sehr viel Angst gehabt, weil man mich gefragt hat, schon mal eine Dame, ob ich das so ein Video mache und ich habe wirklich Angst gehabt, aber ich habe gesagt, es ist jetzt egal, was jetzt passiert, Hauptsache die Wahrheit kommt raus und Hauptsache meine Kinder sind wieder zu Hause und ich bin für alles bereit, für etliche Betreuer, für Prüfungen, für Kameras, für alles. Ich habe gesagt, stellt bei mir 100 Kameras hin, aber meine Kinder sind zu Hause. Also ich bin alles, ich kann mich für alles öffnen, mir ist das egal, Hauptsache meine Kinder sind zu Hause, dass sie wieder die Liebe bekommen, die Zuneigung, die Geborgenheit, die eine Mutter, ein Kind oder meinen beiden Kindern geben möchte, die sie nicht bekommen haben. Also meine Kinder haben psychischen Schaden bekommen, meine Kinder haben durch diese Pflegefamilie, die da was passiert ist, also wenn ich berichten ließ, bei meinem Sohn wurde irgendwas mit Alkohol gefunden, bei meiner Tochter wurde irgendwas mit Missbrauch, die haben alles und wo ich das gelesen, die habe gedacht, das kann nicht sein, dass ich bei mir, meine Kinder behütet und bewahrt waren und nichts war und wo sie in eine Pflegefamilie kommen, dass da was passiert, ich habe geweint, ich konnte mich nicht stoppen, ich konnte nichts essen, ich konnte nichts trinken, gar nichts, ich war so traurig, ich war so, ich hatte so einen Schaden von dem, was ich gehört habe, was passiert ist, ich dachte, sowas gibt es nicht, das ist unser Staat, eine Mutter, die immer auf ihre Kinder gut aufgepasst hat, die immer gut da war, die sie versorgt hat, die alles bekommen haben, Krankenschwester, Babysitter, alle Leute um sie versorgt waren und dass sowas passiert in Hamburg, ich bin so enttäuscht, ich habe nie gedacht, ich habe gedacht, wenn du mit den Leuten zusammenarbeitest, wenn du mit den Leuten alles, alles auf einen Strand ziehst und mit denen versuchst, in Ruhe und in Frieden alles zu klären und zu machen, dann wird das alles gut sein, aber ich habe nie gedacht, weil ich natürlich russische Stammwurzelt habe, aber ich bin ja hier aufgewachsen, aber trotzdem, ich habe nie gedacht, dass unser schönes Hamburg so ist, ich habe das nie gedacht so. Hat man denn jemals beim Jugendamt oder beim Gericht deine Emotionen gegen dich verwendet? Also hat man den Umstand, dass es dir schlecht ging, weil deine Kinder weg waren, so gedreht, dass man sagt, die Frau ist instabil? Genau, das ist richtig, das haben die gemacht immer, wenn ich weine, deswegen versuche ich auch nicht zu weinen, versuche meine Tränen zu verstecken, damit die Leute auch nicht sehen, dass ich weine, weil die dann sagen, ja, die ist mir ja nicht stabil, wenn sie weint. Sie ist ja traurig, die überträgt das auf die Kinder, sie zeigt auch so ein Verhalten, dass sie traurig und weint, dass es nicht gut für die Kinder und dass es nicht so schön ist für sie. Ja, dass... Wenn das stimmt, dass du für deine Kinder keine Gefahr bist und da deutet ja einiges darauf hin, weil in der Psychiatrie wurde ja nichts gefunden. Du hättest Zeugen vorbringen können, vom Kinderkrankenhaus in Altona und andere Zeugen, ja, die medizinischen Sachverstand haben, die wollte das Gericht nicht hören, also gehen wir mal davon aus, dass du keine Gefahr für deine Kinder bist. Dann ist es ja pure Grausamkeit vom Jugendamt, dass die dir die Kinder wegnehmen, du dadurch emotional völlig am Ende bist und dir das Ganze dann noch vorgeworfen wird als ein Defizit von dir und du dich dann noch zusammenreißen sollst und deinen Kindern nicht die Emotionen zeigen sollst, die deine Kinder wahrscheinlich auch haben, weil deine Kinder sind ja mittlerweile alt genug, um zu spüren, da stimmt ja etwas nicht mit dem Jugendamt, mit der Pflegefamilie. Das stimmt, das stimmt. Und es gibt es auch, das habe ich dir auch nicht gesagt, es gibt eine Gerichtsunterlage, da steht, dass ich keine Gefahr für meine Kinder bin. Das Dokument gibt es auch, da war meine Freundin auch, ich habe auch dieses Dokument auch mit Stempel vom Gericht, dass ich keine Gefahr für meine Kinder bin. Das hat der Richter dann abgestritten, das wurde ja nochmal, da bin ich dankbar dann diesen Anwalt, den ich genommen habe für Geld, also wir haben Geld gesammelt, dass der Anwalt, weil ich habe mehrere Anwälte gewechselt, das ist der fünfte Anwalt, den ich gewechselt habe, weil ich wollte, dass endlich etwas passiert, dass ein Anwalt wirklich mit Herz sich einsetzt und es, also keine, ich bestehe keine Gefahr für meine Kinder, das gibt es auch, richterlichen Beschluss gibt, das kann ich auch fotokopieren, auch ihnen schicken, kein Problem. Also es gibt einen richterlichen Beschluss, in dem drinsteht, dass du keine Gefahr bist oder hat es jemand anderes attestiert? Nee, das hat ein Gericht geschrieben, dass ich keine Gefahr für meine Kinder bestehe. Okay, wann war das? 2019 war das jetzt, glaube ich, 2019 haben sie das jetzt dann festgestellt, weil die Pflegefamilie hat ja verschiedene Sachen da gemacht und dann haben sie mich geprüft, haben die dann wieder Fragen gestellt. Ich so, ich kann ihn gerne, ärztliche Erteste bringen, meine Kinder zu Hause, war nie was. Die waren alle in der Öffentlichkeit, die haben wie in der Öffentlichkeit gelebt, das heißt, es sind Krankenschwestern ist gekommen in der Woche einmal, die Babysitterin ist gekommen, zweimal in der Woche. Es war ja nicht so, dass die Kinder nicht, die waren immer öffentlich, die waren zu Kinderspielgruppen gegangen, die waren immer mit mir unterwegs, die waren halt im Kindergarten, es war ja nie was mit ihnen gewesen. Und seitdem die dann weg waren, auf einmal haben sie psychischen Schaden, alle beide bekommen. Und dass da was passiert ist, ich weiß es nicht, ich habe das nur in den Unterlagen gelesen und dann haben sie ja geprüft und dann haben sie gesagt, ja die Mutter, ob die eine Gefahr darstellt, und dann hat das der Richter gesagt, nein, die Mutter besteht keine Gefahr, sie arbeitet, sie ist kooperativ, sie arbeitet mit uns, sie macht was, aber die Kinder werden weiter festgehalten. Und das verstehe ich halt gar nicht in Hamburg. Okay, also wenn ich es richtig verstehe, 2019 wurde richterlich festgehalten, dass du keine Gefahr für deine Kinder bist. Und ich denke mal, darauf aufbauend wurde auch festgelegt vom Gericht, dass du deinen Sohn wieder sehen sollst. Hast du einen Beschluss, dass die Kinder komplett zu dir zurück sollen? Nein, ich habe keinen, so einen Beschluss haben die nicht gemacht, nein, nein. Die haben das gesagt, dass es langsam eine Anbauung passieren sollte, so wie die das besprochen haben, meine Tochter, normalerweise meine Tochter, sollte jetzt mehr Zeit mit ihr sein, also im Monat sollte eigentlich zweimal sein, das ist bis jetzt nicht passiert, ich darf sie einmal noch im Monat sehen. Seit einem Jahr ist das halt so, ja. Und wahrscheinlich eben mit der Begründung, die du mal vorher genannt hast, dass die Bindung zwischen Mutter und Kindern nicht da ist und die halt angebahnt werden muss. Genau, genau. Und das ist bei meiner Tochter, da ist es so. Und bei meinem Sohn ist es bis jetzt noch nicht so. Also wenn ich es mal zusammenfassen darf, man nimmt einer Mutter das Kind weg, das sogar noch gestillt wird, der einjährige Sohn nimmt die zweijährige Tochter weg und drei Jahre später sagt man, ja, wir können die Kinder nicht gleich der Mutter zurückgeben, weil die Bindung ist ja kaputt, dadurch, dass der Staat die Bindung kaputt gemacht hat. Und jetzt verzögert das Jugendamt alles, gibt das Kind nicht so raus, wie es soll oder sichert nicht den Kontakt zwischen euch. Und du bist im Grunde ohnmächtig und willst jetzt an die Öffentlichkeit gehen, weil du nicht mehr weißt, wie du vielleicht Druck ausüben kannst damit. Welches Jugendamt ist es nochmal? Also das eine Jugendamt ist Flensburg-Schleswig, das ist Herr Petersen. Und das andere Jugendamt ist Barmfeld, Barmfeld der Chassé, das ist hier in Barenfeld, 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 genau. Und Frau Schwan heißt die Dame, genau. Okay. Und du wendest dich an die Öffentlichkeit, damit diese Personen endlich in die Pötte kommen und sicherstellen, dass deine Kinder so schnell wie möglich wieder zu dir zurückkommen. Genau richtig, weil ich eine sehr gute Mutter bin und sehr gut mich um meine Kinder gekümmert habe und war immer für sie da. Und meine Kinder möchten auch nach Hause. Und mein kleiner Sohn ist natürlich, der kann sich bestimmt nicht mehr an mich erinnern. Und das ist das Allerschlimmste für mich. Und darauf nutzen sie das aus. Sie nutzen aus, dass ich das Gesetz nicht so gut kenne. Sie nutzen aus, dass ich mich nicht traue, etwas zu unternehmen, dass ich etwas mache und ja, dass ich eigentlich sehr intelligente Kinder habe. Und ich immer gedacht habe, vielleicht ist das ja so, dass ich die Kinder festhalten war, die Kinder sehr intelligent sind. Die Kinder sind ja sehr hoher, sehr lieb und sehr pflegeleicht. Also mit meinen Kindern ist es jetzt nicht so, dass sie natürlich irgendwie, deswegen denken wir mal schon, dass sie natürlich das Vorteil haben, also Kindern auch natürlich Geld zu machen. Das denke ich mir mal auch. Dass sie dann, dass da irgendwas ist. Also die haben dann ihr Geld. Also so denke ich mir mal, dass der Staat das so vorgeht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber das ist das Allerschlimmste, dass sie so mit Kindern machen, das muss verboten werden. Also so, was sie machen. Du darfst ja deine Meinung haben. Also wenn das dein Eindruck ist, den du hast, dann darfst du den durchaus äußern. Das ist das, was ich erlebt habe mit Jugendämtern und Familiengerichten. An deine Meinungsfreiheit trauen sie sich dann doch nicht dran. Also sie versuchen, dich einzuschüchtern auf eine Art und Weise. Bei mir war es ja auch so, dass das Gericht mal behauptet hat, dass meine Internetpräsenz eine Gefahr sei für meine Kinder. Dann habe ich gesagt, Moment, also meine Kinder sind nicht bei mir. Das ist ja dann nur eine Gefahr durch die Person, die meinen Kindern ein Tablet oder ein Handy in die Hand drückt und denen Internetzugriff gibt und denen dann noch zeigt, wie sie auf meine Website gehen. Und danach war das dann nicht mit den Beschlüssen drin. Also deine Meinungsfreiheit, das ist in Deutschland ein sehr hohes Gut und die solltest du auch ausnutzen. Also geh an die Öffentlichkeit, mach klar, was da passiert. Mein Eindruck ist, du bist sozusagen das ideale Opfer für Jugendämter, weil du bist eine Frau und Mutter, die ganz normal ist, ganz normal leben will, die sich mit den Gesetzen nicht auskennt, weil sie einfach darauf vertraut, dass in Deutschland schon alles nach Gesetzen passiert. Und du warst getrennt von jemand, der offenbar süchtig ist, Alkohol, Drogen süchtig, wie auch immer. Und warst selber emotional in einer schwierigen Phase durch die Trennung, hast zwei Kinder aus dieser Beziehung gehabt, hast dir Hilfe geholt, so viel ging. Und sobald du Hilfe holst als Mutter, bist du quasi, oder so sehe ich es, das ist meine Meinung, dann wirst du schnell ein Ziel der Jugendämter, weil du brauchst ja Hilfe. Wenn du nicht alles selber hinkriegst, dann stimmt irgendwas nicht mit der Mutter. Und dann wird irgendwas behauptet, psychologisch, dann findet sich ein Psychologe, der diese Behauptung irgendwie stützt, wie auch immer. Und ab da rennst du gegen die Behörde an. Und die Familiengerichte, die wollen den Jugendämtern keine Blöße geben. Also nur wenn die Jugendämter totale Fehler machen, dann gehen die Gerichte gegen sie vor. Warum? Weil die Richter sind ja auch wieder, ja. Ich wollte noch dazu sagen, also ich bin ja nicht nur, dass ich zum Jugendamt so selber gegangen bin, sondern das Jugendamt ist zu mir nach Hause gekommen, weil jemand gesagt hat, sie haben mich eingeladen zum Jugendamt, weil es kam ein Anwerdungsbrief. Und ich habe dann meine Tochter Jana bekommen. Und da habe ich den Termin freundlicherweise abgesagt. Ich habe dann Kaiserschnitt gehabt. Ich habe gesagt, ich kann jetzt nicht kommen. Ich bin, ich sollte noch zu Hause, sollte noch eigentlich Bettruhe haben nach dem Krankenhaus mit dem Kind und habe den Termin abgesagt. So kam die Jugendamt ganz traurig zu mir nach Hause, ganz hysterisch. Ich muss einmal gucken, warum sie sich zum Termin erscheinen. Was ist eigentlich hier los? Ich muss sie prüfen. Ich habe eine Tür aufgemacht, damals mein Ex-Mann. Wir hatten dann zusammen das Kind und eigentlich war ja nichts los. Man ist ruhig, man sagt immer, man ist gerade, man ist blass, man ist in einem Krankenhaus, man fühlt sich vielleicht nicht, man kann nicht zum Termin kommen, weil man den abgesagt hat. Und dann kam sie wie so, ich habe gedacht, wie so vom Marathon laufen. So habe ich sie, die Dame, also so eingeschätzt. Und dann kommt sie und dann, oh, ich muss alles gucken, ob das Kind lebt, ob alles in Ordnung ist. Ich so, bitte schön, Sie können ruhig reinkommen. Ich habe nichts zu verbergen. Sie können die Wohnung, Sie können alle Zimmer gucken, ist alles in Ordnung. Nee, dann ist ja alles gut. Ich wollte hier noch ein Geschenk bringen. Und ich so, ja, danke schön, ist alles in Ordnung. Ja, aber zum Termin müssen Sie aber erscheinen. Ich so, Entschuldigung, ich bin gerade nach dem Krankenhaus, ich fühle mich nicht, ich kann nicht zum Termin kommen. Und so ist das Jugendamt mit reingekommen. Und die war wirklich bei euch, wenn sie hat gesagt, sie muss gucken, ob das Kind noch lebt. Ja, ja, ja. Die hat, die hat euch ja damit unterstellt, dass ihr das Kind töten wolltet. Ja, ja, kann man so sagen. Sie hat, sie hat geguckt in die ganzen Zimmern und dann haben sie ja nochmal, sich mit noch einer Dame, dann war zweiter Termin, weil ich ja nicht konnte, weil der Kaiserschnitt, Kaiserschnitt so schlimm war, zu uns nach Hause sind die gekommen, haben sie geprüft, ob ein Kindersitz da ist fürs Auto, ob halt ein Kinderwagen da ist, ob das Bett korrekt ist, ob die Flaschen richtig sind, ob die Nahrung, habe ich alles aufgemacht und denen gezeigt und gesagt, es ist alles in Ordnung, es ist nichts los, es sind alle ganz ruhig, das Kind, und die waren sehr aufgeregt, wie von einem Marathon. Ich habe gedacht, wow, ich habe gedacht, was ist denn los mit den Leuten? Ist doch eigentlich nichts los, aber die Leute kamen, noch ein zweites Mal, noch ein drittes Mal und ja und so. Und so weiter sind die dann immer weitergekommen. Würdest du die aus heutiger Sicht jemals in deine Wohnung lassen? Nein, niemals. Würdest du aus heutiger Sicht mit dem Jugendamt überhaupt zusammenarbeiten? Also jetzt so immer nur mit Zeugen. Also immer, wenn ein Zeuge dabei ist, so wie meine Freundin, die dann immer mitkommt, oder halt, wenn jetzt ich Zeugen in der Wohnung habe und es muss jetzt was geguckt werden, es ist kein Problem, alleine würde ich da niemals hingehen. Alleine mit denen einfach sich da hinzusetzen und irgendwas, nein. Sehr gut, das ist die erste Regel im Umgang im Jugendamt. Immer ein Zeuge dabei haben. Genau, das ist richtig. Okay, Nastja, ganz herzlichen Dank. Du hast dich die erste halbe Stunde emotional schwer durchgeschoben durch das Interview. Danke, dass du durchgehalten hast. Danke sehr. Vielen Dank. Danke schön. Ja, ich hoffe, es nützt etwas. Wir werden sehen, ob die zwei Jugendämter dieses Video nicht offiziell, das tun die meistens nicht, aber inoffiziell als Grund nehmen werden, um dir den Kontakt zu deiner Tochter zu verwehren, um euch weiter unter Druck zu setzen. Man muss ja sagen, dass wenn nichts dran ist an den Vorwürfen, dann ist es ja Nötigung und Erpressung, was da mit euch gemacht wird. Und da sind sie. Das ist Arthur, Ups, jetzt ist das Video weg, das Foto ist mir fallen gelassen. So, da habe ich das. Das ist, das ist Arthur, der kleine Mann und das ist Jana. Das ist Jana. Das ist noch in Harburg Schutzhaus. Das ist das letzte Foto gewesen, wo ich die dann zusammen gesehen habe. Genau. Ja, ich hoffe, das Beste für euch drei. Und ich liebe sie sehr und ich vermisse sie so doll. Einfach sie in den Arm zu nehmen und wieder für sie Frühstück zu machen, Essen, wieder mit ihnen auf den Spielplatz zu gehen, einfach Spaß mit ihnen zu haben, einfach eine richtige Mama sein mit Herz und Seele und nicht das, was das Jugendamt mir hier unterstellt und meine Kinder einfach festhält. Das finde ich einfach schlimm. Gut, Nassja, vielen Dank, dass du dich geöffnet hast und in die Öffentlichkeit gegangen bist. Ich denke, wenn das mehr Menschen machen, die vom Jugendamt und Familiengerichten betroffen sind, dann wird sich auch was ändern in Deutschland. Ganz herzlichen Dank nochmal. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie sich für viele Leute einsetzen. ich finde das klasse, was Sie machen und dass es solche Leute wie Sie mehr geben soll, die wirklich was machen, dass sie Mut haben, auch nicht von dem Staat unterdrückt zu setzen, zu lassen, sondern sich wirklich einsetzen und wirklich sich zu öffnen und wirklich für die Leute da zu sein und durch das Ganze mit die Leute zu gehen. Ich finde das richtig klasse. Ich finde das richtig toll. Danke sehr. Gerne. Nastja, alles Gute. Alles Gute für Sie auch. Dankeschön nochmal. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Tschüss. 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 Tschüss.